den rahmen brauchen wir noch von musiker zu musikerin herrlich präsentiert von hans georg zu guter nick hallo thema es gibt ja so tonarten charakteristiken das heißt manche ordnen die eine tonart zum beispiel bedur eher süße zu oder die du eher festlichkeit manche aber sogar die näher aber spielt es in deiner aufführungspraxis eine rolle es hängt immer davon ab wie meine stimme am besten klingt meistens singe ich sehr gerne in haren ins ist ein horror für die begleiter klar aber sie haben es bis jetzt immer geschafft danke das war von musiker zu musikerin präsentiert von hans georg zu guter nick vielen dank dankeschön vielen Dank